Herzlich Willkommen im Stadtpark Café My Way in Zirndorf. Bei uns genießen Sie eine abwechslungsreiche Tageskarte mit frisch zubereiteten Gerichten sowie ein vielfältiges Bier- und Spirituosenangebot. Zusätzlich dürfen Sie sich auf unterschiedlichste Veranstaltungen freuen, wie Livemusik, Poketurniere und Bingoabende oder All-You-Can-Eat Spare Ribs und unser reichhaltiges Wochenendfrühstück. Worauf warten Sie noch? Schauen Sie bei uns vorbei! Untertitelung des ZDF, 2020